Sie kennen wahrscheinlich die Excalibur City an der österreichisch-tschechischen Grenze, doch steht die jetzt vor dem Aus? Ich spreche heute mit Ronny Solnig, mit dem Gründer von der Excalibur City und mit seinem Sohn und Unternehmer Roger Solnig. Vielen Dank einmal fürs Kommen. Ich habe schon ein bisschen gemerkt, es ist ein bisschen hitzig zwischen euch, denn Excalibur City steht tatsächlich vor dem Aus, aber jetzt nicht finanziell, sondern wegen dem Namen. Was hat es denn damit auf sich, Roger? Ja, wir sind jetzt 30 Jahre, haben wir heuer Jubiläum, aber wir haben uns die letzten Jahre in eine komplett andere Richtung entwickelt. Man kennt uns, glaube ich, 95 Prozent in Wien und Niederösterreich, aber man verbindet uns noch immer mit billigen Spiritosen und billigen Zigaretten und das sind wir nicht mehr. Wir haben uns weiterentwickelt mit Museum, mit Merlins Farm und so weiter. Aber wir sind einfach zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie geworden und somit habe ich gesagt, es gehört eine Namensänderung her. Das hat der Papa nicht so einverstanden, oder? Die Excalibur City hat sich doch eben 30 Jahre etabliert und auch gut gehalten. Dieses Thema Rebranding ist schon einige Male im Raum gestanden und haben wir diskutiert. Aber dass er das dann ernst meint und in einem Streich das Ganze sozusagen wegwischen will, da muss ich sagen, habe ich mich anfangs damit überhaupt nicht anfreunden können. Weil eben die Excalibur City kennt man tatsächlich auch vom Namen. Wenn man Excalibur City hört, dann weiß man gleich, okay, da steht ein Flugzeug davor, das ist ein Vergnügungspark, da gibt es eben die Merlins Farm etc. Was hat sich denn generell auch so geändert? Das sind die 90er Jahre, ich kann mich selbst erinnern, wir sind da gerne als Familie Richtung Tschechien gefahren, eben auch wegen diesen günstigen Preisen, das hat sich ja dann doch aufgehört. Gibt es aber doch noch Preisunterschiede jetzt zwischen Österreich und zum Beispiel jetzt auch in Tschechien an der Grenze? Oder gibt es da jetzt überhaupt keine Unterschiede mehr, wenn man da jetzt einkaufen möchte? Doch, es ist nach wie vor günstiger, aber natürlich nicht mehr in dem Maß, als es duty-free steuerfrei war. Wir haben heute noch immer sensationelle Deals mit der Industrie. Wir können im Bereich Parfums irrsinnig gut punkten. Wir haben ein tolles, europaweit ziemlich das größte Zigarrensortiment. Wir sind bei den Spirituosen zu Fachhändlern geworden, also weg von diesen wirklich ganz billigen Sachen hin zu exklusiveren Produkten. Also in dem Bereich sind wir nach wie vor sehr gut aufgestellt. Da gibt es überhaupt nichts. Aber natürlich mit der Kinderwelt, mit diesem Vergnügungspark, mit jetzt neu der Farm und so weiter, hat sich das Publikum verändert. Auch gegenüber Tschechien. In Tschechien zum Beispiel haben wir wenig Kunden gehabt früher. Heute haben wir, ich würde sagen, irgendwo 30 bis 40 Prozent tschechische Kunden. Also da hat sich schon einiges getan, muss man sagen. Wir werden ganz anders wahrgenommen mittlerweile. Eben hin zum Ausflugsziel mit Übernachtung. Wir haben Radwege, wir sind an 350 Kilometer Radwege angebunden. Und wie der Vater gesagt hat, also das Publikum hat sich geändert, sind junge Familien da. Und somit war das ein bisschen dann die Idee. Toobox, Hotel etc. Mit Übernachtung, ein Camp ist dabei, wo man wunderschöne Wohncontainer hat, wo die komplette Familie übernachten kann mit vier bis sechs Betten, Küche, kleines Wohnzimmer dabei. Und in diese Richtung haben wir uns halt entwickelt, die letzten zehn bis 15 Jahre. Wie ist denn der Name auch gekommen? Also es heißt dann, oder soll dann heißen, Family City. Ist das richtig? Family City wird der neue Name. Das, wie der Vater schon angesprochen hat, war das schon im Gespräch. Den Namen entwickelt hat eigentlich der Vater. Und irgendwie ist es dann zu einem leichten Missverständnis gekommen. Ich habe das halt dann umgesetzt. Ja, dieses leichte Missverständnis, muss man sagen, das hat er natürlich schamlos ausgenutzt. Ich habe, wir haben diskutiert darüber und ich habe gesagt, ja, wir entwickeln uns zu einer Family City. Und das war für ihn Anlass, dass er Hebel in Bewegung gesetzt hat, mich nur teil bzw. gar nicht informiert hat, was da im Hintergrund läuft. Und dann irgendwann, muss ich ehrlich sagen, ja, war das für mich ein bisschen verwunderlich, habe ich dann über die Presse und über andere mehr erfahren, als was ich von ihm gewusst habe. Wie weit das eigentlich schon fortgeschritten ist. Ich habe dann ja auch meine Ankunft vorverlegt. Ich wollte eigentlich erst 14 Tage später kommen. Sie sind ja von Australien. Genau, bin von Australien gekommen und habe gesagt, nein, jetzt muss ich schauen. Und da hat er halt... Da war ich ein bisschen verwundert. Ja. Wenn der Papa vor der Tür steht. So auf die Hauert, aber ja. Und da war ich halt dann schon verwundert, wie weit fortgeschritten dieses Projekt mittlerweile ist. Wo ich dann gesagt habe, jetzt wird es auch schwierig, das noch umzukehren. Also wir haben sehr viele Diskussionen gehabt über das Ganze. Und ich darf vielleicht ein bisschen ausschweifen. Und zwar, es ist ja tatsächlich so, dass er in dieser ganzen Corona-Zeit, in dieser, wie ich es nenne, Plandemie, das Unternehmen komplett alleine managen hat müssen. Ich bin für fast zwei Jahre in Australien festgesessen. Ich habe keine Ausreisegenehmigung bekommen. Wie es einerzeit bei der DDR brauchst, hast du von der Regierung eine Ausreisegenehmigung gebraucht. Und bin dort gesessen und habe ihn eigentlich außer moralisch überhaupt nicht unterstützen können. Und er hat dieses ganze Chaos, was da entstanden ist, alleine managen müssen. Hat sich damit auch gesundheitlich in eine schlechte Position gebracht und alles drum und an. Und hat das aber, muss man sagen, bravourös gemeistert. Da bin ich wirklich dankbar und auch stolz darauf, dass er das so durchgezogen hat. In der jetzigen Situation, wie wir uns befinden, wo wir sozusagen, ja, einen Disput haben über eine gravierende Veränderung, habe ich aber in der Zwischenzeit auch irgendwo den Schritt zurück gemacht und habe gesagt, okay, ich kann ihm nicht nur Kredit zahlen für etwas, was er gemacht hat, ja, und das hat er gut gemacht. Er muss ja auch irgendwann einmal sozusagen, ich sage jetzt, für seine Fehler gerade stehen irgendwann. Und wenn sich das als Fehler herausstellt, dass er die Excalibur City in Family City umbenennt, dann wird er die Konsequenzen auch tragen müssen. Wird es ein Erfolg, dann hat er mit Sicherheit einen wesentlichen oder großen Schritt im Unternehmen getan, weil er sich durchsetzen kann. Und ich als Eigentümer des gesamten Komplexes möchte schon einen Nachfolger haben, der sich durchsetzen kann. Dass er es in so einer Art und Weise macht, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt lobenswert. Aber wo soll er anfangen? Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Also ich werde ihm nicht böse sein, auch nicht, wenn er in die Hosen geht, dann gibt es was hinter die Ohren. Aber irgendwo muss er anfangen. Ich verstehe es. Ich verstehe auch Sie. Das ist ja auch Ihr Baby, 1994 gegründet worden. Und dann kommt der Sohn und sagt... Und das im 30-jährigen Jubiläum. Ja. 30 Jahre. Können wir da nicht warten? Ja, vielleicht hätte ich ein Jahr warten können. Aber irgendwie, wir planen gerade so viele Sachen, neue Projekte für die Zukunft. Einen riesengroßen Dino-Park wollen wir hinstellen. Da sind wir gerade intensiv am Arbeiten. Und irgendwann muss man es machen. Und warum immer so lange rausschieben. Und vielleicht passt es ja ganz gut zusammen, das Jubiläum zum Nutzen für eine Neupositionierung. Ich kann mich erinnern, es gab ja auch den Family Park. Also nicht, dass man da irgendwie auch eine Verwechslung dann auch hat, oder? Warum gerade Family City? Warum ist das kein anderer Name? dass da jetzt eine Verwechslung entstehen wird, weil wir doch ein ganz anderes Programm abdecken können, wie ein Vergnügungspark, der alleine steht. Und wir werden uns mit unserem neuen Logo einfach ganz anders positionieren. Also ich glaube nicht, dass da eine Verwechslung entsteht. Oder was denkst du? Also, Excalibur City, da wäre gar keine Verwechslung entstanden. Aber dann bleiben wir immer beim Alten. Und dem haben wir eh schon genug diskutiert. Aber ja, wir reden eh noch genug darüber. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt ein Unternehmen, in Unternehmen intern ist es jetzt gegessen, mehr oder weniger. Wir haben auch mit unseren Managern das Ganze jetzt abgesprochen, damit die auf jeden Fall die Sicherheit haben, dass sie da nicht mehr am Schliff steigen. Also der Name ist durch. Ja, damit es nicht zwei Lager entstehen, sondern wir mussten uns eigentlich intern einigen und geeint wieder auftreten, damit da nicht, wie gesagt, das Letzte, was du brauchst, ist, dass die dann anfangen, ja, ich bin auf seiner Seite und ich bin auf seiner Seite. Ich habe den Schritt zurück gemacht, aus dem Grund, weil er sich wirklich im Unternehmen schon absolut bravoureus Verdienste geleistet hat. Und da muss er halt auch mal die Gelegenheit haben, was Essentielles zu bewegen. Wie gesagt, ja. Und was du gemerkt hast, ich glaube, es hat Hand und Fuß das Ganze, das ist nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern wirklich gut durchgeplant. Vielleicht hätte ich dir ein bisschen mehr mit einbeziehen sollen, oder nicht nur hätte, sondern sicher. Ja, das gestehe ich ihm zu. Die Problematik wäre gewesen, wenn er mich involviert hätte, wäre ich auf die Bremse gestiegen. Ich wäre auf der Bremse gestanden und habe gesagt, aus, das mag ich nicht. Und so geht es nicht. Wenn du aber dann siehst, wie weit das fortgeschaut ist, ich muss auch sagen, das Team hat großartige Arbeit geleistet, das Logo ist toll, die ganze Umsetzungskampagne ist toll, die neuen Projekte, das ist ja richtig, das passt schon rein in das Konzept. Jetzt kommt ein großer Badesee, wird noch gebaut, den haben wir noch voriges Jahr abgesegnet. Da wird jetzt gerade die neuen Brunnen gebohrt und so weiter. Also es passiert in die Richtung sehr viel. Und ja, ich habe mich damit abgefunden, ich lehne mich zurück, ich schaue mir das jetzt entspannt an und im Endeffekt wird entweder die Watsch, oder die Lorbeeren ernten. Also eins vor die zwei. Aber es scheint ja auch sehr lukrativ zu sein, was Sie alles aufgebaut haben, überhaupt in den letzten Jahren. Sie sind ja auch damals wirklich zum Millionär geworden. Aber sehen Sie da auch einen Unterschied, dass es einfach vielleicht auch von, dass die Leute nicht mehr so viel einkaufen gehen, weil sie weniger Geld haben? Oder wie hat sich das in den letzten Jahren auch verändert? Also man spürt natürlich einen Unterschied beim Kaufverhalten. Speziell seit dieser Pandemie. Die Luxusgüter werden weniger gekauft und darum fahren Sie zu uns einen Tagesausflug oder einen Zweitagesausflug, den man sich leisten kann. Aber eben diese Parfums oder teure Zigarren, das ist ein bisschen zurückgegangen. Aber wenn man zu uns in die Kinderwelt fährt, kann man durchaus um kleines Geld einen superschönen Tag verbringen. Und das ist das, was unser Publikum zu uns bringt. Jetzt habe ich dann auch, wir haben das ja auch in der Krone, und zwar Sie waren ja auch fast der beste Freund, glaube ich, von Falco. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn man auch die Geschichte dahinter kennt. Er ist ja auch quasi von nichts zum Millionär geworden, wie Sie auch damals da, dass Sie auch immer bewundert, dass Sie so am Boden geblieben sind. Jetzt gibt es dann auch eben seine Villa, die man begutachten kann. Was hat es denn damit auf sich? Was kann man denn schon sagen? Oder wie kommt man denn, dass man die Villa quasi von Falco begutachten kann? Also ich bin seit 2005 Vorstandsvorsitzender der Falco Privatstiftung. Und nach dem Tod der Frau Hötzl, deren Universalerbe ich war, habe ich alles, was da sozusagen ein Erbe war, in die Stiftung eingebracht. Also die Mama quasi nach Falco? Da ist alles in der Stiftung drinnen. Und da hat es eigentlich, solange die Frau Hötzl am Leben war, hat es keine Diskussion gegeben. Sie wollte immer noch dorthin fahren und ihre Erinnerungen genießen. Und wir sind dann immer wieder Kaffee jasen und so dorthin gefahren. Nach ihrem Tod haben wir dann viel überlegt und diskutiert, was wir machen. Das sind gigantische Projekte gewesen, viel zu teuer, im Aufwand, in der Erhaltung, mit den laufenden Kosten nicht machbar. Und jetzt, muss ich sagen, ein bisschen inspiriert oder beflügelt durch das Falco Musical, das ja im Ronacher sehr, sehr erfolgreich läuft und jetzt eines Saisons verlängert wurde. Da habe ich gesagt, okay, wir sollten, wenn es noch immer so viele Fans gibt, die Villa, auch den Fans aufmachen. Und da habe ich ein Konzept entwickelt, das, ich sage, sehr bodenständig ist. Also man kann jetzt wirklich in das Haus reingehen und sehen, wie hat Falco gelebt, wie hat er in seinen Privatgemächern gestaltet, was hat er dort gemacht, wie hat er sozusagen sich dort wohlgefühlt. Das Tolle daran ist, ich habe nach dem Tod von Hans mit der Maria damals schon beschlossen, das so zu belassen, wie es ist. Und es ist tatsächlich in der Villa nichts verändert worden. In seinem Badezimmer stehen heute noch seine Parfums, sein Rasierapparat, alles, wie es liegen und stehen hat. Außer, dass dort geputzt wurde, immer wieder, wurde nichts verändert. In den Schubladen sind seine Zigaretten noch ohne die grauslichen Bilder drauf, die Originalen aus der Zeit. Es ist alles so, wie es ist, sogar teilweise Textblätter, die haben wir natürlich gescannt, haben wir wieder zurückgelegt an den Platz. Also, es ist schon, ich glaube, es kommt sehr stark rüber, das Ganze. Dieses Authentische, man spürt ganz einfach, wenn man reingeht, ich habe das gestern wieder erlebt, ich war mit ein paar Leuten dort, die sind überwältigt, weil irgendwie ist der Spirit ist in dem Haus, es ist so, wie es er verlassen hat. Es ist ja auch ein Gas am Kampf. Gas am Kampf, wunderschöne Gegend sowieso und wird dann ab Mitte Mai nach einer größeren Eröffnung anfänglich einmal zweimal pro Woche für Führungen offen sein. Nach Bedarf werden wir es dann natürlich erhöhen. Schauen wir mal, aber es ist ein tolles Projekt, gefällt mir sehr gut. Wie war denn der Falko oder Hans, haben Sie ihn wahrscheinlich genannt, wie war er denn so als Person? Also im Privatbereich und speziell mir gegenüber ein unglaublich aufmerksamer, liebenswerter Freund, der, egal was war, immer Anteil genommen hat an allen, der gerade unsere Familie, er war damals noch ein kleiner Bub, kann man mich noch gut erinnern. Ja, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert mit der Mutter, mit dem Hans, die Kinder dabei und er hat sich bei uns speziell natürlich als Teil dieser Familie gesehen, weil mit wem du hast Weihnachten feiern? Mit der Familie. Und das war, also eine unvergesslich schöne Zeit, natürlich leider viel zu kurz, muss man heute sagen, aber sehr intensiv. Also wir waren damals wirklich, ich sage einmal, ja, wie Pech und Schwefel. Es war ein ganz, dreimal in der Woche zusammen. Ob wir einen Ausflug nach Wien gemacht haben, ob er ihn in der City besucht hat oder ob ich zu ihm nach Gas gekommen bin, wir waren einfach immer beieinander. Und er hat Nachhilfeunterricht. Ich wusste jetzt nicht. Ja, das erzähl ich. Weil er in Geometrisch Zeichnen eine Niete war. Bis heute. Der Onkel vom Falco hat ihm auf der Terrasse beim Falco jeden Samstag Nachhilfeunterricht gegeben. Also wir haben Gas am Kampf. In Gas am Kampf. Beim Hans zu Hause war einer der schönsten Sommer, wo man Nachhilfeunterricht bekommt. Aber beim Hans zu Hause war sensationell. Wahnsinn. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? In Rosenburg. Das ist gleich neben Gas. Das ist, weiß ich, drei Kilometer weiter. In einem Lokal. Ich wohne ja nicht weit entfernt. Ich bin 15 Minuten von dort weg. Und das war an einem, ich habe Geburtstag gehabt und war in dem Lokal. Und der Eigentümer von dem Lokal kommt zu mir und sagt, weißt du, wer da daneben sitzt? Ich habe ihn nicht erkannt. Und der Falco, ja, jetzt sage ich, ich trinke gerade eine Flasche Champagner, vielleicht trinkt er mit. Und so haben wir uns kennengelernt und sind an dem Abend schon bis vier Uhr früh um die Heise gezogen. Am nächsten Tag hat er gleich Testfax geschickt. Und es war, wie man so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick. Ja, wahnsinnig. Wir haben uns einfach gut verstanden. Was glauben Sie jetzt noch zum Abschluss, wie würde denn der Hans oder eben der Falco diese ganze Situation auch in Österreich, was wir auch haben, eben mit Corona, Migration etc., politisch einfach auch sehen? Also, was er zum Beispiel als seine Person anlangt und den Hype, den er bis heute ja hat, würde er wahrscheinlich die Textzeile zitieren, muss ich denn sterben, um zu leben. Muss man sagen, es ist gigantisch. Also dieses Musical wieder zu 99 Prozent ausverkauft, das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Und gleich verlängert und verlängert, wunderbar. Über politische Situation ist schwer einzuschätzen, wie er auf das eine oder andere reagiert hätte. Seine Devise war es eher, sich aus solchen Sachen ein bisschen rauszuhalten oder es satirisch zu betrachten. Wenn er zum Beispiel in einer deutschen Fernsehsendung über den österreichischen Politiker Alfons Haider gesprochen hat, hat das in Deutschland keiner verstanden. Weil Haider hat man gekannt, aber dass der Alfons Haider nicht der Jörg Haider ist, das haben die Leute nicht kapiert. Und da hat er so seine eigene spitze Satire immer wieder drinnen gehabt. Und er war mit vielen politischen Sachen nicht einverstanden, hat es aber auch gut verstanden, sich da rauszuhalten. Und ich glaube, das ist für einen Künstler, der in erster Linie seine Musik präsentiert, auch nicht wichtig, dass er zu allen seinen Senf dazugibt, wie es heute viele machen. Die eben dann sagen, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Volksverräter, Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Oder die Partei, mit der darf man sich überhaupt nicht beschäftigen und mit dem darf man nicht reden. Das hat der Hans nicht gemacht. Das hat er öffentlich immer ausgeklammert und meines Erachtens auch völlig zu Recht, weil er hat das sowieso in seiner Musik ausgedrückt. Wahnsinn. Das ist ja toll, auch die Villa. Also ich bin schon sehr gespannt. Wir werden natürlich auch darüber berichten. Wir werden uns die Villa auch dann anschauen. Jetzt noch zum Schluss. Ihr könnt gemeinsam mit einem Auto auch heimfahren. Oder wie ist der Glinsch zwischen euch? Wir sind noch mit zwei mit zwei Fahrzeuge heute hier. Aber es ist, ja, ich sage jetzt einmal, zu deinem Geburtstag vergebe ich dich. Ja, ja. Ach so. Der ist ja auch bald. Also quasi 100 Jahre säunig. 100 Jahre säunig, Brüder feiern wir. Mein junger Vater wird 60. Und das hat auch jetzt nicht so einen Einfluss im Privatbereich direkt. Es ist auch kein Vertrauensbruch in dem Sinn. Es ist ganz einfach, ich glaube, aus seiner Sicht, ich habe ihm die Leitung des Unternehmens übertragen. Die habe ich ihm anvertraut. Und er ist halt auch der Meinung, da kann er auch essentielle Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, jetzt werden wir sehen, ob er das gut gemeistert hat oder nicht. Genau. Als Excalibur City. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass ich das in gute Bahnen weiterführe, auch unter Family City. Schön. Also Excalibur City wird zur Family City. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie bei mir raten. Wir bedanken uns. Danke. Danke.